Hallo Leute, seid bloß nicht negativ aufgeladen, denn jetzt sind wir hier, eure Lieblings-Let's Player, hoffe ich, denn neben mir sitzt ein guter Atax. Hi Renton, wie geht's? Sehr gut, und jetzt noch ein kleiner positiver Schub für dich, Atax Rocks. Du hast am Anfang schon wieder gepustet, egal, pusten, da war schon wieder die Umdrehung, oh nein, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Egal, wir sind positiver Energie, okay, also mal Autos dessen, du willst sterben, oh, wenn ich hab die positive Energie. Ah, fuck, rechts ist ne neue. Ah, den krieg ich, den krieg ich. Ich glaube, hinter dir sind schon Leute. Warte gehen. Ja, vorne, die waren da. So. Ha, ha, ha. Wer will hier was von mir, hm? Okay, ich glaube, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Los, 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 los. Du hast sie gehört. Wo geht's weiter? Ähm. Vielleicht nach links rutschen? Ja. Ah. Ah, du liebst noch. Egal, die ballern dich jetzt so kaputt, wenn du da hochkletterst. Moment, Moment. Ich habe ja noch meine... Die hast du gerade weggeschmissen. Nein. Echt? Aufgehoben, aber die haben mich doch noch hergekriegt. Aber ich habe jetzt, äh... Man muss ja eh erstmal immer den Weg... Einmal... Okay, das war nichts. Und bam. Du hast noch zu viel negative Energie. Du brauchst... Du brauchst... Wir müssen positiv denken. Dann kriegen wir das hin. Nummer 3. Der wird klappen. Ha! Siehste, das geht doch. So. Einfach mal ein bisschen sprayen. Woll ich mich verarschen? Als ob die da noch stehen könnten. Ja. Also... Oh, okay. Einer ist da... Und einer ist da... Okay. Ist der rechte? Da. Nice. So... Die volle... Was ist das denn? Ach das ist die Pumpe? Wahrscheinlich. Hahahaha Das war zu nah. Okay. Aber Versuch 4 wird funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. ich wusste ja nicht dass die alle unterschiedliche alter hat es nicht schon vorher auf zeitlupe weiß ich nicht gut und jetzt wo ist der andere schräg gegenüber sauber das ist wieder die pumpe schießt mal um zu gucken ja da muss ich die von dem typen davor nehmen das ist ein p ok nein ich weiß weg und rennen unsere lieblings hast du ja ich hoffe sie bieten das auch im zweiten tag die die drehung was denn ich war doch um aber ich denke mal wenn das so action geladen ist und so ein wenig schwierigkeit in sich bietet dann wird das wahrscheinlich schon nicht mehr lange dauern bis wir das spiel komplettiert haben ich habe heute auf mittag mal eine runde hotline miami gespielt da habe ich auch noch nicht viel gespielt und ich bin jetzt beim ersten boss gegner angekommen das mal gespielt aber das soll auch übelst schwer sein ja ich habe glaube ich zehn versuche gebraucht alleine um zu mal raus zu finden wie ich den überhaupt das erste mal treffen kann okay ist es ist mehr hat extra ein Pfeil drauf gezeigt hier nehmen sie diese Waffe ja der hat eine Pumpe fallen lassen ist das DMP oh gott oh gott oh gott warte ein bisschen nice ich springe am besten direkt auf den rechten LKW oder wer will sie oh gott ich will die nur da hinlegen damit ich die zur Not benutzen kann und die Drehung fertig ach verdammt go 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 die kommen schon zumindest hab ich Schiss gehört ja geil jetzt reicht's mir jetzt ist vorbei warst du da rechts ja da rechts mit den Nettigkeiten hier links nehmt diese positive Energie von mir in Form dieser Waffe ich fang schon ich hoffe es mal ja schnell weiter soll ich los so jetzt ganz ruhig so jetzt da rüber und da hoch da unten sind schon die Wäcke der Wäsche nice da los und hier ist schon wieder ein Koffer yeah Koffertime 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 dadadadam dadadam alter oh gott geht er hoch schnell boah wo ist denn hier ein Koffer vielleicht kommt er ja noch hier um die Ecke egal oh gott jetzt bin ich jetzt wieder ja wir sind wieder da was was soll es denn sicher ja wo sollen wir denn da hin oh mein gott oh mein gott genau müssen wir jetzt dann da das stimmt hinter den Rohren oder ja irgendwo da ok da ist das Gitter weg ja da kommst du nicht rüber ja ich denke schon dass wir da richtig waren ist denn da der Koffer das verdammte Spiel weil wir jetzt hier kommen wieder runter so wow warum muss ich denn immer so zusammenzucken ey da wo oh gott mensch wo müssen wir denn aber wir kommen wieder hier hoch da war ein Fall wo da rechts achso Line C Koffer 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 ja wir müssen ja anscheinend da runter oder ja vielleicht müssen wir auch keine Ahnung vielleicht müssen wir durch die Tür gehen wo die zweite Welle an Soldaten reingekommen ist vielleicht war das eine verschlossene die jetzt auf ist vielleicht war das eine verschlossene die jetzt auf ist ach Sam ist das hier durch? ne ich bin mit einer Waffe oh ach man egal wir haben die blöd ähm schießpassage nicht mehr ja wir können jetzt hier die ganze Zeit verlieren warum auch immer guck mal es ist gar nicht das gleiche du bist auf so einem Mitteldeck könnte auch ah gut schon verdammt jetzt das ist nice jetzt stirbt mich beim abfallern ok Deckung nehmen weiß nicht ob ich hier oder nicht wer auf echt war ein bisschen bleib 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 ein bisschen nice ha 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 das ist schon mal ein gutes Zeichen wenn sie von sich selbst aus die Waffe weglegt Ah, okay, da müssen wir... Also war das doch ganz richtig. Sicher, dass wir da hin müssen? Ah, wir müssen einfach nur A drücken. Und nicht schlagen. Nein, du musst die Tür erst kaputt schlagen. Ja. Die Stahltür mit deinen Stahlfäusten. Ich bin ja nicht hier... Boards of Steel. Wie heißt der noch? Der gute... I got Boards of Steel. Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. Mann, wieso auch? Das bin ich einfach. Ich bin das. Ja. Da hier... Diese deutsche Serie mit die Faust Gottes. So, da geht's weiter. Ich habe auch nie geguckt, ey. Ich gucke generell keine deutschen Sachen. Das ist kein Deutsch, das ist ein Videospiel. Nein, ich meine die Faust Gottes. Diese Sendung, die mal auf... Keine Ahnung wo ankam. Egal. Müssen wir denn hin? Ah, okay. Das ist schon wieder so eine Passage. Sehr geil. Zu weit. Niemals. Ich habe gesagt, zu weit. Versuch von dieser Ebene wegzukommen, bevor die Verstärkung eintrifft. Es muss einen Weg geben. Ja, die habe ich auch. Schweil dich. Dann sagt, bevor Verstärkung eintrifft, dann kommt die bestimmt auch gleich. Okay, weiter. Und weiter. Und weiter. Und ich hangel, hangel, hangel. So, jetzt aber. Da. Falsche Taste. Alle guten Dinge sind drei. Das stimmt. Woher kommt dieser Spruch? Weiß ich nicht. Vielleicht so. Man hat ja auch drei Arme, drei Beine, drei Köpfe. Hat man doch auch alles von drei. Daher denke ich, dass es daher kommt. Wobei, das könnte aus der Religion kommen. Die Dreifaltigkeit. Aber lassen wir das. Ja. Das war schon wieder die falsche Taste. Ich glaube, ich brauche so ein Kletter aus Tenten. Drücken Sie jetzt die Taste. Ja, welche Taste ist das Springen? Ich weiß, dass du das vergessen hast. Ja. Drücken Sie jetzt die Taste. LB. So, welche war das gerade? LB. Gut. Merken. Nicht in zehn Sekunden vergessen. Ach. Das reicht. Danke. Ha. Ha. Oh. Sehr gut. Ja. Dann habe ich ja den Kletterpart wieder wahrscheinlich hinter mir gebracht. Und mit Sicherheit gibt es gleich wieder Action für dich. Ja, super. In der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Wie gesagt, denkt immer positiv. So habe ich auch das Spiel hier, die Passage hier überwältigt. Und noch was? Attax Rocks. Und ich rocke. Und auch Haro. Der leider nicht da ist. Und ich rocke. Mmh, 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 mmh. Untertitelung des ZDF, 2020